Herzlich Willkommen zu diesem Anleitungsvideo zu Heyday. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr euer Derby deaktivieren könnt, beziehungsweise eine Woche aussetzen könnt. Also, in eurem Gemeinschaftshaus seht ihr die Leute, die am Derby teilnehmen, beziehungsweise nicht teilnehmen. Und das könnt ihr einstellen bei dem Symbol oben links in der Ecke, bei dem Zahnrad-Symbol. Dann öffnet sich ein Fenster, worauf ihr dann auf die erweiterten Einstellungen geht. Und dann seht ihr hier schon bei den Derby-Einstellungen am Gemeinschaftsderby teilnehmen. Wenn dieser Haken nicht gesetzt ist, wie bei mir, dann werdet ihr für kein Derby gesetzt, solange bis ihr ihn wieder aktiviert. Wenn ihr ihn aktiviert, seid ihr, sobald ihr ihn aktiviert habt, beim nächsten Derby dabei. Okay, ich hoffe euch hat das Video geholfen und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.